In erster Linie ist die Firma Wieler für uns ein Problemlöser. Wenn Sie qualitativ und technisch in der ersten Liga mitspielen wollen, reicht es nicht aus, einfach nur gute Produkte zu kaufen, sondern die besten Produkte, die es auf dem Markt gibt, für unsere Anwendungsfälle zu adaptieren. Die Besten zu sein. Genau das ist die Herausforderung, der sich sämtliche Mitarbeiter der Firma Wieler AG täglich stellen. Die besten Problemlöser für echte Herausforderungen in der Messtechnik. Wir bedrucken mit unseren Maschinen Papierbögen mit maximaler Geschwindigkeit von 18.000 Druckbogen pro Stunde eine Papierbreite bis zu 1,60 Meter. Um bei der gesamten Druckauflage die Druckqualität zu gewährleisten, müssen die einzelnen Bildpunkte auf dem Druckbogen bis auf den hundertstel Millimeter genau aufgebracht werden. Und gerade die kniffligsten Aufgabenstellungen sind es, die uns immer wieder motivieren, besser zu werden, mit den Herausforderungen zu wachsen. Wir sind hier in der Endmontage des Druckmaschinenhersteller das Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch. Wir bauen hier die einzelnen Baugruppen, sprich Druckwerke, zusammen zu einer Einheit, dass der Druckprozess dann abgebildet wird. Unsere Kunden leisten oft Außergewöhnliches. Höchste Anforderungen sind da in der Tagesordnung. Und Präzision ist ein absolutes Muss. Um diese Präzision auch international reproduzierbar machen zu können, braucht es ein tiefes Verständnis für sämtliche Kundenanforderungen und die bedingungslose Bereitschaft, dem Team Außerordentliches zu messen. Was wir sehr schätzen an der Firma Wieler, ist das Interesse und die Kooperationsbereitschaft, sich mit den komplexen Messaufgaben, mit denen wir an die dran getreten sind, zu befassen und uns Lösungen zu präsentieren. Wieler-Produkte zur Neigungsmessung halten in der praktischen Anwendung, was sie versprechen. Unseren Kunden garantieren wir so die Sicherheit, die sie für ihre Entwicklungen benötigen und sorgen zudem für ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und Effektivität in der Anwendung. Was wir noch hinzuwenden können, ist, dass wir durch den Einsatz der Wieler-Geräte hier in der Endmontage im Bergwiesloch die Durchstrafzeit bei uns enorm verkürzt haben, aber auch gleichzeitig die Reproduzierbarkeit und die Qualität draußen beim Kunden enorm gesteigert haben. Für den Erfolg unserer Kunden ist uns wirklich nichts zu viel. Ich würde besonders die Zuverlässigkeit hervorheben, die technische Qualität und die Kooperationsbereitschaft. Wir sind sehr zufrieden mit der Firma Wieler. Natürlich gucken wir uns auf den Markt um, welche Alternativen es noch gibt. Aber wenn Sie so komplexe Dinge angehen wollen, wie wir das getan haben, sind Sie mit Firma Wieler absolut an der richtigen Adresse. Präzision ist halt unsere Leidenschaft.